Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 327. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter Herr Basti. Gude. Der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und der Herr Marvin. Ja, für den Quickie bin ich immer zu haben, deswegen bin ich erstmal kurz da. Großartig. Du musst kurz was einspielen. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, Großart. Beste Mannschaft weltweit. Beste Mannschaft weltweit. Es geht. Grüße. Grüße an die Kaffeetische da draußen. Es ist Sonntagmittag, 13.50 Uhr. Beste Kaffeetrinkzeit. Und wir haben uns entschieden, eine kleine Aufnahme für diese Woche zu machen, weil da steht ja dieses Euroleague-Spiel die Woche aus oder an. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig bei uns. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen jetzt hier heute schon mal auf. Das heißt, wir machen hier so ein bisschen reduziertes Programm. Und bevor wir aber dann gleich anfangen, so ein bisschen Ausblick auf den Donnerstag und Anreise und Bastis Pläne, wie lange er mit Schirmchentrinks am Strand liegen will, machen, sollten wir vielleicht nochmal auf Stuttgart zurückschauen. Und was ja am Freitag der Einstieg in diesen Bundesliga-Spieltag war. Basti war, glaube ich, vor Ort? Yeah. Yeah. Fangen wir vielleicht mit der Aufstellung mal an. Man könnte meinen, die Eintracht hat uns letzte Woche zugehört oder der Trainer hat uns zugehört. Wo wir noch gesagt haben, na, Jovic Haller und Rebic gleichzeitig irgendwie so in der Offensive, könnte man mal machen, aber vielleicht nicht unbedingt. Tada! Also es war ein sehr, sehr offensives 3-4-3, mit dem wir da ins Rennen gegangen sind. Und man muss sagen, das hat mehr als herausragend gut funktioniert. Über die Effektivität müssen wir gleich noch reden, aber so rein von dem, was da so passiert ist, war das schon gut. Aber ich glaube, das war gar nicht geplant. Das war ja, weil Gacinovic kurzfristig ausgefallen ist. Also das war jetzt, glaube ich, nicht so, dass er das vorhatte. So habe ich es verstanden. Also das war eher so, Gacinovic war angeschlagen, dann machen wir es jetzt halt mal so. Aber als ich das, wir waren im Auto, um 18 Uhr kamen die Football-Leaks raus. Da ging schon ein Raunen durchs Auto. Aber ein viel größeres Raunen durchs Auto ging, als die Aufstellung rauskam. Und ich gedacht habe, ach du Scheiße, das ist ja quasi eine Morddrohung an Stuttgart schon gewesen. Und ja, da war die Stimmung. Da ist meine Nervosität, die natürlich trotzdem auch während dem Spiel, auch als wir 2-0 wieder noch da waren, aber so ein bisschen in eine kleine Vorfreude gewichen, weil ich gedacht habe, das wird geil zu sehen, wie das aussehen wird, wenn die zu dritt da sind. Und es sah eigentlich ganz gut aus. Der Alex schreibt gerade im Chat, dass Hütter wohl diese Aufstellung auch unabhängig von der Gacinovic-Thematik schon mal im Kopf hatte. Wahrscheinlich war das dann einfach, wie du schon sagst, dann einfach so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, komm jetzt, probieren wir es einfach mal aus. Stuttgart, angeschossenes Tier. Überrennen wir es mal so ein bisschen. Bringen wir das größere Gewehr mit. Die dreiläufige Flinte quasi. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ey, also das war, wie gesagt, mein Fanbericht von da fällt auf jeden Fall durchweg positiv aus. Die Stimmung war unter den anderen Fans überragend, muss man mal sagen. Auch wenn dies immer geil ist, aber das war schon irgendwie richtig gut. Auch von der Songauswahl von Manning Stein und so, bla bla, diese Steigerung von DFB-Pokalsieger zu Deutschlands beste Mannschaft, zu Europas beste Mannschaft, bis zur besten Mannschaft weltweit. Das war schon alles sehr, sehr lustig. Und das Spiel habe ich so, echt so wahrgenommen, also die Eintracht war fast sogar noch ein bisschen nachsichtig. Also die war so ein bisschen nachsichtig im Sinne von, du hast gemerkt, ach du lieber Himmel, wie schlecht ist Stuttgart bitte. Also wie schlecht und verunsichert ist bitte diese Mannschaft und wir führen erst 2-0. Das heißt, diese geile Stimmung konnte ich nicht komplett genießen, weil ich das ganze Spiel über komplett nervös war, weil ich dachte, es braucht nur eine Aktion jetzt geben, und dann steht es 1-2 und dann kann diese Nummer vielleicht irgendwie nochmal kippen. Das Publikum dreht sich wieder zum Feld um, weil die haben sich irgendwann umgedreht, glaube ich. Die haben sich dann umgedreht quasi. Und dann habe ich, das habe ich mir durchs Spiel getragen, diese Angst, und die wurde ziemlich spät beendet dann. Sorry, aber ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was du eigentlich gesagt hast? Also du hast doch eben erst gemeint, auf der einen Seite hast du gesehen, wie schlecht Stuttgart ist und auf der anderen Seite... Aber Marvin, also wir kennen die Eintracht, wir haben schon gegen schlechte Vereine gespielt und haben die irgendwie wieder ins Spiel zurückgeholt. Also dieses... Auch eine schlechte Mannschaft kann ja irgendwie zu einem Tor kommen und dann dadurch dieses Tor wieder irgendwie wach werden. Das passt doch zu der ersten Szene auch von Stuttgart mit... Sozusagen wir haben das Tor gemacht mit Rebic, was ja dann im Endeffekt abseits war. Direkt im Gegenzug hat ja eigentlich Gomez die hundertprozentige Chance, da einzulicken. Das Ding da aber auch Meilen weiter nehmen. Setzt es knapp daneben, genau. Und im Endeffekt war es dann ja in der elften Minute zum Glück dann dieser Dosenöffner auf unserer Seite, wo du gedacht hast, okay, wir haben ja gehofft, dass ein frühes Tor fällt. Und in der vierten Minute wäre natürlich noch geiler gewesen. Da habe ich gedacht, okay, der Käse ist gegessen, wunderbar. Dann leider abseits. Dann kommt diese Situation Gomez frei vom Tor, Kopfball. Oh Gott, jetzt rappelt es. Und deshalb finde ich schon, der Basti hat da schon recht. Die Eintracht, zumindest die alte Eintracht, wäre dann wieder, dann fängst du ein blödes Tor, hast die ganze Zeit Druck gemacht, dann krachst du so ein bisschen in dich zusammen und dann bringst du so einen dämlichen, schlecht spielenden Stuttgarter Verein wieder irgendwie ran. Das hat auch mit allen nichts zu tun. Das habe ich nicht gemeint. Nur weil er gesagt hat, dass die Stuttgarter auf der einen Seite so schlecht waren und auf der anderen Seite hat er dann Angst gehabt. Ich meine, ganz ehrlich, das wissen wir alle, wir kennen die in Frankfurter Eintracht. Und ich weiß aber auch nicht, ich meine, haben die Stuttgarter wirklich so krass schlecht gespielt? Ich meine, ich habe das jetzt nur in Auszügen gesehen, aber ich meine, die Torchancen, die sie hatten, da war Gonzalo, äh, Gonzales war einige Male vom Tor und Gomez, naja, der muss die Dinge halt auch irgendwann mal verwandeln. Also ich kann mich an exakt drei Torchancen der Stuttgarter über 90 Minuten erinnern. Das war einmal dieses Gomez-Ding, den ich gar nicht so knapp fand. Und dann war dieses Ding von, äh, Gonzales, was in der Tat, also der war halt schon irgendwie scharf geschossen und er hat das Ding halt einfach zu früh erwischt und dann halt einfach mit Wucht am Tor vorbei. Da wäre auch Trapp nicht mehr rangekommen. Und dann gab es noch dieses Ding von, wie heißt der hier, Matteo oder wie war der, der Rechtsverteidiger. Ähm, mehr, mehr Offensivchancen hatten die nicht. Ja, also die Eintracht hat schon in dem Spiel so ein bisschen mit angezogener Handbremse, ähm, gespielt und hat versucht, das halt auch sehr schön zu machen, aber da muss ich dem, dem Eurosport-Kommentator zustimmen, der gesagt hat von wegen, man hat, also ich hatte auch das Gefühl, die Eintracht geht das bewusst an, lässt Stuttgart so maximal bis zur Mittellinie kommen und die hätten jederzeit noch zwei Schippen drauflegen können und hätten die halt einfach mit 5-0 überrennen können. Äh, sie haben halt einfach versucht, das schön zu machen und sind deswegen manchmal auch so ein bisschen uneffektiv gewesen, was die Pässe angeht, aber ich hatte jetzt nicht, an keiner Minute das Gefühl, dass wir das Ding irgendwie aus der Hand geben. Basti, ähm, du warst ja vor Ort und, ähm, wie hast du die, die, die Einstellung der Mannschaft gesehen, also von der, der Stuttgarter? Liegen die komplett am Boden oder was ist da los? Ja. Also das Ding ist, ich war auch so, also Stuttgart hat, du hast schon gemerkt, klar, die haben jetzt einen neuen Trainer, die spielen zu Hause, die wollen ja vor ihren Fans auch was zeigen, das war ja das, was sie vorm Spiel vermutet hatten, das hast du schon gesehen. Also die sind schon, das ist nicht so, dass ich sagen würde, da ist eine Mannschaft, die, äh, komplett irgendwie gegen den Trainerspiel, können sie auch nicht, weil er ist ja wieder der Zweite schon, aber das ist schon eine Mannschaft, wo du dich trotzdem fragst, wo, wo, wo bleibt dieser komplette Einsatz und wo bleibt auch ein bisschen dieses Spielerische, was macht ihr eigentlich im Training? Weil die haben wirklich diese Mischung aus Verunsicherung und spielerischem Unvermögen und taktischem Unvermögen auch, das merkst du schon. Also du merkst schon, dass sie quasi motiviert sind, aber dann ist irgendwie ein Spieler, der reißt irgendwie mal eine Spielsituation auf und dann weiß er schon wieder nicht, was er machen soll. Da ist keine Motivation drin. Für mich sinnbildlich war die Aktion zum 2-0, übrigens auch eine großartige Situation, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Basti, du nicht, du warst vor Ort, Marvin hatte gesagt, er hat so einen Ausdruck gesehen, ich weiß nicht, ob Dennis gesehen hat. Eurosport-Halbzeitanalyse von Sammer. Sammer ausgerastet, ja, ja, doch. Man will, dass er was zum 2-0 sagt und er geht quasi vom Monitor weg und winkt ab und wirkt so total angeekelt nach dem Motto, jetzt über diese Spielaktion irgendwie reden zu müssen und haut fünf Minuten nur auf Stuttgart ein, weil du hast die Situation, die sind mit fünf Mann vor unserem 16er, verlieren den Ball, es gibt den schnellen Konter, du hast vier Eintracht-Spieler gegen drei Stuttgart-Abwehrspieler und du würdest ja eigentlich erwarten, dass die fünf, die vorne sind, im Vollsprint irgendwie mit zurückkommen, um irgendwie das Ding zu verhindern. Aber nix, also das ist so, die gehen teilweise wirklich spazierend zurück, weil sie einfach keinen Bock haben, da ist null Einstellung dahinter momentan. Ja, fand ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand schon, dass bei Stuttgart einzelne Spielsituationen... Einzelne, ja. Nein, aber gerade die beiden, die gerade die beiden Sechser haben schon oft, hätten gefährliche Situationen aufreißen können und die haben dann auch oft über die Außen gespielt und wollten auf Gomez flanken. Also ich finde schon, dass du dir die Stuttgarter Mannschaft angemerkt hast. Das ist trotzdem für mich keine Mannschaft, wo ich sage, okay, die sind komplett charakterlos, sondern die sind halt einfach, glaube ich, komplett verunsichert und teilweise auch echt schlecht. Die haben eine schlechte Mischung, weil dann ist irgendwie... Du hast irgendwie einen geilen Spieler wie Eric Tommi, der landet aber dann irgendwann dabei, dass er den Ball auf der Ogo spielen muss. Also das ist so ein Gefälle in diesem Spiel halt auch. Du hast wirklich zwei, drei Spieler, die wirklich vielversprechende Sachen hätten, einleiten können, wenn sie noch mehr Mitspieler gehabt hätten. Das ist wie, wenn du früher in der Schule irgendwie deine Mannschaft wählen musstest und da war keiner mehr übrig. Dann denkst du, na toll, jetzt muss ich hier mit denen da spielen und die können ja gar nicht. Ja, das stimmt schon. Also die Kaderzusammenstellung bei den Stuttgartinnen ist halt schon... Für 35 Millionen, glaube ich, wurde da ja investiert vor der Saison. Er ist schon krank. Mit Eric Tommi... Basti, hast du was Gutes angesprochen? Wurde der ausgewegt? War der verletzt? Weil der hat mir eigentlich in der ersten Halbzeit von Nürnberg... Von Nürnberg sei schon von Stuttgart noch am besten gefallen. Habe ich auch nicht verstanden, aber wahrscheinlich dann schon. Also ansonsten macht es keinen Sinn. Und was man auch sagen muss, die Eintracht so ein bisschen. Die Eintracht hat es souverän gemacht. Ich hätte mir trotzdem wirklich früher das 3-0 gewünscht, weil, wie gesagt, die können noch so schlecht sein, aber es gibt so schlechte Mannschaften, die schon irgendwie zum Tor gekommen. Ja, nee, das ist so, weil du hast... Diese einzelnen Szenen habt ihr ja auch angesprochen. Du kannst es ja auch über 90 Minuten nicht verhindern, dass irgendjemand aus dem Halbfeld einen Ball irgendwie in den Strafraum ballert und dann dotzt er irgendwie blöd auf und Gomez steht da. Das kann ja immer passieren. Die eine Chance, die da abgefiffen worden ist, weil Aoko im Abseits steht. Der Ball trudelt da irgendwie durch den ganzen Sechzehner durch. Stell dir mal vor, der hätte nicht im Abseits gestanden und das Ding wäre irgendwie ungünstig von dem abgeprallt und rein. Dann hätte er die Soße da irgendwie gehabt. Also das stimmt schon. Aber wir hatten die Chancen, wir haben es halt einfach nur versucht, irgendwie zu schick zu machen. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass der Kader nicht schlecht zusammengestellt ist, der Stuttgarter. Finde ich nämlich auch nicht. Du hast Ron-Robert Zieler, er ist ein ordentlicher Torhüter. Selbst Jens Gral ist noch ein akzeptabler Satz, aber Zieler ist doch ein richtig guter Torhüter. Pavard kommt halt alles überhaupt nicht an sein Leistungsmaximum. Marc-Oliver kämpfen muss erst langsam wieder rankämpfen, der war jetzt auf der Bank. Ganz ehrlich, dass ein Bartstuber überhaupt noch eine Rolle da hat, das ist ja das größere Problem. Also wenn Cam fit ist, muss der für Bartstuber spielen, dann sieht die Sache auch ein bisschen anders aus. Dass der Insua so viel, das sind individuelle Sachen, dass Insua sich letzte Woche so eine rote Karte abholt, ist mega beschissen. Der muss aber eigentlich spielen, das ist jemand, der kann eigentlich, für mich kann der mehr als einen Ersatz für diesen komischen Aogo, weil ich finde Aogo ist immer sehr inkonstant, ich finde ihn persönlich ganz sympathisch, aber der ist mir zu inkonstant. Dass der dann keine Rolle mehr spielt, aber du hast mit Gonzalo Castro meine Fresse, Gonzalo fucking Castro. Das ist ein Spieler, der weiß, der kam jetzt von der Bank, der hätte ich mir in der letzten Saison gewünscht, dass der nach Frankfurt kommt. Der hat eine sau souveräne Saison beim BVB gespielt, ohne zu glänzen, aber du brauchst auch mal so Spieler, die halt einfach Dinge ausputzen, die ruhig sind, die bewusst Dinge agieren, äh, bewusst agieren. Das ist kein schlechter Karte. Und dann gehe ich weiter nach vorne und wenn die Davi mal wieder fit ist, ist es auch eine Hausnummer. Und Gonzalo, der wartet auf seinen Break und mit Gomez hast du immer noch einen ordentlichen Stürmer, auch wenn der schon ein bisschen älter ist. Das ist kein schlechter Karte. Aber woran liegt das dann? Das war im Endeffekt auch leistungsmäßig von der Physik her, war es im Endeffekt ja eigentlich so, dass die alle nicht rankamen. Die sind alle nicht so gelaufen, wie sie eigentlich sollten, waren auch alle, gerade die letzten Minuten, sind die nur noch getrabt. Das kann einerseits psychologisch sein, dass sie im Endeffekt da nicht mehr die 110 Prozent gehen wollen. Andererseits, das sieht ja dann eher aus, als wären Fehler gemacht worden in der Vorbereitung. Wie du es schon sagst, der Kader von den Namen her liest sich nicht schlecht, nur da bringt eigentlich keiner ansatzweise auch nur die Qualität. Gerade ein Gonzalo Castro, der ist ja katastrophal. Auch die letzten Spiele, wenn er mal gespielt hat, zu Recht war der nur auf der Bank oder kam dann sehr spät erst. Also es ist sehr, sehr seltsam. Da scheint irgendwas, vielleicht war auch deshalb der Trainerwechsel notwendig, Korkut war ja, glaube ich, vorher Trainer, der dann entlassen wurde, dass da irgendwas von der Trainingssteuerung nicht gepasst hat. Aber die Mannschaft, wie sie aktuell da ist, ist einfach so nicht Bundesliga-tauglich. Und Abwehrkampf können die Spieler, glaube ich, die da tatsächlich sind, wenn sie jetzt noch weiter abrutschen sollten, nicht bald dann mal ein paar Punkte eingefahren werden. Meiner Meinung nach auch nur schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt, ne, mach du erst. Passi, passi ruhig. Ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube, die haben eine vergiftete Hierarchie in der Mannschaft. Ich glaube, da sind einfach die falschen Spieler die Wortführer. Das kann auch sein, ja. Ich glaube schon, dass wenn so jemand, der wirklich jetzt momentan echt komplett außer Form ist, wie Gentner, wenn derjenige ist, der den Ton angibt in der Mannschaft und dafür verantwortlich ist, dass Spieler integriert werden. Und wir haben es ja auch oft hier in Frankfurt gesehen, wie schwer das für neue Spieler ist, in so ein unfunktionierendes Konstrukt reinzukommen. Das stimmt. Dann hast du halt Neuzugänge und die können natürlich aber auch nicht von Anfang an die Wortführer in der Kabine sein. Das heißt, du kommst quasi in so ein vergiftetes Gebilde rein. Ja, dann kannst du es natürlich auch, du kannst ja als neuer Spieler dich nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier der Babo, sondern dann hast du halt wirklich diese Gentners und Augos und vielleicht sogar auch Gomez, die vielleicht jetzt nicht für den modernsten Fußball stehen, wie ich mir vorstelle. Und dann, vielleicht reibt man sich dann da auch so ein bisschen und dann kommst du nicht voran. Und am Ende weiß wahrscheinlich gar keiner mehr die Ursache. Nur, dann bist du in diesem Zyklus drin. Und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht mal, ob die nicht fit sind. Das kann ich mir fast, heutzutage fast nicht mehr vorstellen. Aber, dann, wenn der Kopf halt so müde ist, dann bringt es dir halt auch nichts, wenn dein Körper fit ist. Das ist halt wirklich, ich glaube, die sind halt maximal verunsichert und die Eintracht hat ja das gemacht, was wir gefordert haben. Klar, mit diesem Break natürlich war es blöd. Grüße an den Videoschiedsrichter. Das war verspätet dann, aber wir haben ja dieses frühe Tor gehabt und du hast gesehen und ihr habt es ja angesprochen, das will ich jetzt auch nochmal anmerken kurz. Dieses 2-0, das war ja, das war ja schon absurd. Das wirkte ja so, als hätte Stuttgart gedacht, das wäre abgefiffen. Ja, ja. Also der Jovic trabt, der ist ja nicht mal gerannt. Der Jovic, der spaziert zu dem Ball, guckt, Rebic winkt, mach kurz den Armbruch und sag ich, hier, ich spiel den Ball rein. Das ist wie, das wirkte so, als hätte, als wie eine Szene aus dem Aufwärmen, so, wo die Leute sich die Bälle hin und her schnicken und dann schnickt er mal in den Minden und Körpunkt mal rein. Trainingsspielchen oder was, aber auf wie viel Platz Rebic da hat, da ist rund 2 Meter um den Rundrum, ist keiner. Also, der hätte das Ding auch quasi erst noch runterpflücken können und irgendwie mit der Hacke reinspielen. Die Zeit hätte er auch noch gehabt. Also, es ist echt total absurd. Aber ich habe Marvin unterbrochen, sorry. Ja, stimmt. Nö, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es markante Fehler gemacht hat, nachdem sie diesen absoluten Rundrum in der Rückserie der letzten Saison hatten, wo sie ja wunderbar durchgestartet sind. Aber da frage ich mich, wie kann das sein, dass du so einen Break drin hast? Also, das ist ja schon dramatisch. Ich denke, dass einige Spieler schon durchaus auch wissen, dass sie mal weiter unten spielen können. Ich meine, die waren in der letzten Saison auch Aufsteiger. Ich verstehe aber, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich glaube aber, dass der ganze Verein extreme Probleme hat. Und dass es auch auf extrem wackeligen Beinen gebaut ist, dass der VfB, wenn du überlegst, wie Mercedes-Benz dahinter da auch drin hängt und wie komisch auch diese Strukturen da sind. Da wird dem Präsident, ja, der wird eigentlich nachgesagt, dass er keine Ahnung von Fußball hat. Da mischen sich viele alte Granden ein, die irgendwie andauernd rumplappern, Buchwald äußert sich und so weiter und so fort. Das spielt alles negativ so mit rein. Und dann hast du irgendwie, und ganz ehrlich, das ist auch eine Scheißentscheidung gewesen, den nächsten verfügbaren Trainer einfach zu holen, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Weinzierl ist eine unglaublich uninteressante Lösung. Liedere Lösung, ja. Und da hilfst du niemandem mit. Das ist scheiße. Das ist auch kein Aufbruch. Der VfB Stuttgart ist doch eine Mannschaft, da kann man was mitmachen. Aber nicht immer mit Weinzierl, weil der irgendwie der Erste ist, der einem irgendwie gerade einfällt. Wenn ich immer so agiere, dann komme ich auch zu nix. Ich weiß nicht, ich glaube auch, der Weinzierl wird keinen Erfolg bei denen haben. Auch wenn wir auch sagen müssen, Kovac hat auch die ersten Spiele, als er bei der Eintracht war, auch alle verloren. Andererseits, der Unterschied da, bei Kovac hast du einen Aufwärtstrend gemerkt. Da hast du schon gemerkt, okay, eigentlich jetzt, ich glaube, gegen Leverkusen war es, wo wir unglücklich verloren haben. Da erkennst du schon Dinge, wie es eigentlich besser laufen kann. Die Einstellung hat gestimmt und das ist ja das, was man hier sagen muss. Die Einstellung stimmt ja bei Stuttgart gerade gar nicht. Nee, muss man. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr merkwürdig. Auch die Atmosphäre in dem Stadion, ich glaube, was der Marvin sagt, ist wahrscheinlich wirklich der Knackpunkt. Da ist sogar nicht nur auf dem Platz, gibt es da Probleme und das spiegelt sich auch wieder. Das hast du ja beim HSV auch gesehen. Beim HSV war es ja ähnlich, da holst du den nächsten Gistole und dann hast du hier und dann kommst du, glaube ich, aus der Mannschaft, aus diesem Negativding nicht mehr raus, weil du halt merkst, die Leute quasi, die es außerhalb des Platzes regeln sollen, kriegen es auch nicht irgendwie gebacken. Die Fans sind sauer. Das ist dann wahrscheinlich so eine Gemengelage, aber ich weiß nicht, ob wir Stuttgart jetzt hier noch mehr Platz einräumen sollten, weil man darf auch nicht vergessen, ich hatte vorm Spiel gesagt, das ist eigentlich ein typisches Spiel, was die Eintracht verliert gegen so einen Gegner, als Aufbaugegner. Die Eintracht hat diesen Ruf nicht umsonst, da gibt es wirklich genug Erhebungen dazu, haben wir alle erlebt und die Eintracht hat es durchgezogen. Das muss man auch sagen, nicht komplett, aber trotzdem kannst du sagen, und das ging ja dann auch durch die Presse so, das war echt ein beeindruckender, dominanter Auswärtssieg mit den drei Jungs da vorne, wo wirklich nicht viele Bundesliga-Fereine sagen können, ja, wir haben eine ähnliche Sturmreihe. Das muss man schon sagen. Meine Szene des Spiels, die hat gar nichts mit Ton zu tun, als Haller diesen Ball mit der Hacke weiterleitet auf Jovic. Auf Jovic, ja. Da hätte ich fast meine Hose ausgezogen in den Block. Also das war ja schon echt heftig gut, Alter. Du kommst von einem so schönen Bild und dann wechselst du auf dich ohne Hose. Noch ein schöneres Bild. Ja! Nee, nee. Nee, aber du musst ja dazu sagen, wir haben ja nicht nur die drei, sondern du musst ja auch, ich würde da schon auch die Außenbahnen mit dazu zählen. In Kostic hat wir da extrem viel auf der linken Seite gearbeitet und da Kosta auf der rechten Seite. Also, das ist, du bist ja quasi mit fünf Mann da immer in die Offensive gegangen. Das war schon... Ui! Der Guzman hat auch super gespielt, muss man auch mal erwähnen. Der wird ja, der fällt auch immer ein bisschen hinten runter. Indika ist völlig, also das ist für mich unvorstellbar, wie gut der ist. Also der Typ ist 19, der ist aus der zweiten französischen Liga mit 14 Einsätzen gekommen. Also Ben Manga, Leute, Leute, also das ist schon respektabel, so einen Typ zu holen, der eine Ballsicherheit auch hat. Also der, 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 manchmal hat man ja sogar fast ein bisschen Angst, weil er so ein bisschen zu abgeklärt ist, im Sinne von, okay, der wartet wirklich, bis der Gegenspieler kommt und spielt dann erst. Aber dieser Typ ist einfach souverän, Leute, der ist 19, na klar hat er Fehler drin, aber Leute, Salcedo, überlegt euch mal, als wir Angst hatten, oh Gott, Salcedo hat sich verletzt. Und der Typ, keiner denkt mehr an den, im Endeffekt, wenn Salcedo wieder da ist, dann muss er sich erstmal ganz, ganz hinten anstellen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon, also es ist sehr, sehr beeindruckend, was die Eintracht für eine Mannschaft hat. Das genieße ich auch und ich sage es ja auch hier jede Woche, das saugt man einfach auch auf, weil die werden wahrscheinlich so lange auch nicht hier zusammenspielen. Ich finde diese Mannschaft, dadurch, dass die Spieler, die innerhalb dieser Pokalsieger-Mannschaft auch waren, auch nochmal einen Schritt gemacht haben, die sind für mich besser als die Pokalsieger-Mannschaft, diese Mannschaft. Das ist brutal gut. Da ist eine Steigerung drin, ja. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich wirklich im Mittelfeld die Probleme erwartet hätte. Die werden aber dadurch ausgeglichen, dass das Spiel halt wirklich eine andere Statik hat und du quasi wirklich mit Kostic, Dacosta, Dacosta ist ja quasi jetzt auch fast ein neuer Spieler, in Anführungszeichen, weil er durch diese Kostic nochmal auch gezwungen wird, auf der rechten Seite ähnliche Sachen zu machen von der Statik. Der Typ kann plötzlich auch besser flanken, habe ich das Gefühl. Dieser Pass, den er auf Haller, Nürnberg spielt schon, jetzt in Nürnberg, in Stuttgart hat er auf Jovic ein ähnliches Ding gespielt. Ja Leute, das ist momentan sehr, sehr gut. Wir sind uns alle bewusst, dass das auch wieder in die andere Richtung kippen kann, aber momentan bleibt mir nichts anderes zu sagen, als übrig. Die Eintracht ist tatsächlich momentan eine Spitzenmannschaft, zumindest so, wie sie sich momentan verhält und das feiere ich hart. Also ja, das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, aber ich finde es nur lustig, weil du gesagt hast, die Mannschaft, die wird nicht so lange zusammenspielen. Das sagen wir gefühlt mittlerweile auch jedes Jahr. Ist ja auch jedes Jahr so. Ja, stimmt ja auch. Aber es ist leider auch jedes Jahr so. Ja, genau. Also es werden immer wieder die Leute rausgerissen und gut, aber ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel von den drei in vorne alle drei verlieren. Von da ist doch gut. Und ich hoffe auch, dass wirklich diese Ausstiegsklausel-Scheiße jetzt mal weg ist. Wenn Newcastle wirklich Haller haben will, dann kannst du ihnen sagen, ja Leute, dann gebt uns 40 Millionen Euro. Danke. Dann gucken wir weiter. Also es ist ja so, weißt du, und wenn Rebic nächsten Sommer nach München geht, dann muss der Uli auch die Schatulle aufmachen. Fertig. Also es ist wirklich, das ist eine geile, geile Mannschaft, Leute. Und wenn wir überlegt, was für ein Deal wir mit Kostic ausgehandelt haben, wie viel können wir den holen für 5 Millionen Euro? Ja Leute, das ist geschenkt. Wir hatten am Anfang der Saison mal gesagt, so nach dem Motto, ja man kann halt noch nicht viel über die Qualität der Mannschaft sagen, lasst uns mal bis zum zehnten Spieltag warten, den haben wir ja jetzt. Ich glaube, wir haben gerade eben schon so ein bisschen was zur Qualität der Mannschaft gesagt. Die hat sich doch enorm gesteigert, wie Basti schon sagte, die sind noch mal einen ganzen Tick besser geworden als die Pokalsieger-Mannschaft der letzten Saison. Wir stehen jetzt aktuell auf Platz 4, es fehlen noch ein paar Spiele. Im schlimmsten Fall werden wir an diesem Spiel Tage sechster. Ich glaube, das ist auch so von der Tabellenplatzierung gerade nicht so verkehrt. Einziges Manko ist noch so dieses Thema, ja, dieses hütterische Spielsystem. Er muss da glaube ich noch so ein bisschen viel mit Alternativen und Kompromissen irgendwie arbeiten, aber auch das kriegt er extrem hin. Also ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch dieser Hütter-Verpflichtung, aber ich muss sagen, Hut ab, das war ein ein richtiger Schritt, ihn als Trainer da zu holen. Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch erst der 10. Also es ist der 10. Spieltag, jetzt warte doch mal ab. Also ich meine, wir müssen, wir erhalten Spielerverpflichtungen, geben wir auch ein bisschen Zeit. Wir müssen erst mal sehen, das funktioniert momentan ganz gut und die Ansätze sind da und es sieht alles so aus, als würde es gut funktionieren. Aber lasst uns mal abwarten. Ich meine, ich will jetzt hier nicht auf die Euphoriebremse drücken. Das sieht alles sehr gut aus und anscheinend hat er, spricht er die Spieler richtig an, aber nach 20 Spieltagen werden wir vielleicht das andere viel wesentlich skeptischer sehen, weil Dinge da nicht mehr funktioniert haben oder so. Das habe ich hier auch stehen, weil wenn man wirklich mal ein bisschen Revue passieren lässt, die Gegner, die wir wirklich eindrücken weggauen haben, sind Hannover, Düsseldorf und Schuttgart. Das sind halt aber auch wirklich drei schlechte Mannschaften. Also ich will das gar nicht unterbewerten, weil wir natürlich auch die Europapokal-Nummern drin hatten. Aber wir haben gegen Gladbach verloren, wir haben gegen Bremen verloren, wir haben gegen Leipzig ein unentschiedenes Spiel. Also wie der Marvin sagt, es fehlen halt noch ein paar Stichproben, um dieses Experiment zu bewerten einfach. Das soll gar nicht positiv und negativ gemeint sein, sondern es ist halt einfach so. Weil du musst natürlich auch erst mal gegen diese Mannschaften da unten gewinnen. Aber trotzdem, ja wie gesagt, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart ist jetzt momentan nicht die feinstgeschlagene Sahne der Bundesliga. Also müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, ich bin momentan auch voller Euphorie, das nehme ich jetzt auch mit und kann mich dann immer noch aufregen, wenn es so weit ist. Das sieht ja auch anders gut aus. Es leutet sich ja nicht mal was an. Und zwar, du hast gerade gesagt, gerade auch mit der Doppelbelastung Europa League. Das ist natürlich in dem Fall hier, muss man schauen, inwieweit das so lange funktioniert. Wir haben ja schon öfter angesprochen, gerade die Achse mit Kostic, ist mir jede Woche wieder überrascht. Wie kann der noch mal ein Spiel und noch mal ein Spiel? Da kostet er auf der anderen Seite noch ein Spiel, noch ein Spiel. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, ein bisschen haushalten und da wäre natürlich schön, wenn der nächste Entwicklungsschritt wäre, dass wir noch eine weitere Formation spielen, vielleicht ein paar Spieler bringen können, die mich hat es deshalb nur, um auch noch mal auf das Spiel gegen Stuttgart zurückzukommen. Mich hat es total gefreut, dass bei Müller wieder mal den Kader geschafft hatte, plus dann auch gleich noch einen Einsatz bekommen hat und sich dann mit dem Tor krönt. Und sich nicht verletzt hat beim Torjubel. Und sich nicht verletzt hat beim Torjubel. Das ist natürlich toll, dass du auch mal, das ist auch mal ein Spieler, wenn der ein bisschen Selbstbewusstsein hat, ein Müller ist kein Schlechter. Vor der Saison, glaube ich, war die erste Verpflichtung, die wir ja gemacht hatten, direkt nach der letzten Saison oder direkt nach dem Pokalsieg, habe ich gedacht, ja, ein Müller ist kein Schlechter, wenn er fit ist, wenn er in ein gutes Gefühl gepasst, dann ist das auch ein Spieler, der mal eine Halbzeit spielen kann oder sogar mal anfangen kann. Und das ist eigentlich das, wo ich im Moment so hoffe, dass da diese Entwicklung, dass der Schritt in Hütters Kopf auch schon so weit geht, ich muss eventuell auch mal was an dem System ein bisschen ändern, dass ich die Spieler bringen kann, um den anderen mal eine gewisse Auszeit zu bringen. Denn wir wissen, gerade auf der rechten Seite mit der Costa sind wir total schlecht besetzt. Links Kostic, Tavatar ist so jemand, da haben wir alle Magenschmerzen, glaube ich, wenn der mehrere Spiele machen müsste. Dementsprechend einfach schauen, vielleicht kriegen wir es da noch hin, dass die Spieler auch dann ein Einsatzgebiet bekommen in einem System, wo es vielleicht dann auch genauso funktioniert. Muss jetzt nicht sofort sein. Ich habe nur Angst, dass wir im Endeffekt die Spiele vielleicht jetzt ein bisschen am Anfang nicht verheizen, ist der falsche Ausdruck, aber dass die einfach irgendwann an ihre Leistungsgrenze kommen und wir dann im Endeffekt dastehen und sagen, oh, jetzt müssen wir Spieler auf den Positionen setzen, weil wir kein anderes System spielen können und dann funktioniert es nicht. Da habe ich einfach im Moment ein bisschen Angst. Aber ansonsten finde ich ein guter Punkt, Dennis. Und das ist ja aber auch genau das, was man jetzt sogar schon hört, dass obwohl wir jetzt ins Theater kamen, dass die Eintracht auch jetzt anscheinend bemüht ist, im Winter vielleicht nochmal die eine oder andere Position zu schließen. Also ich glaube nicht, wir werden es sehen, müssen wir gucken, je nachdem, wie die preisliche Lage ist. Aber der Basti hat es glaube ich schon mal angesprochen, im offensiven Mittelfeld gab es da einige Gerüchte, auch aufgrund diverser Verletzungen. Vielleicht tut sich da nochmal was, vielleicht besser die Eintracht sogar im Winter nochmal nach, um noch besser besetzt zu sein, um dann vielleicht wirklich zu sagen, okay, vielleicht können wir auch spielerisch auch nochmal genau das erreichen, wo wir jetzt gerade drin sind, durch Europa League. Vielleicht ist die Mbappu-Nummer vielleicht auch noch nicht durch. Das könnte auch sein. Das könnte auch noch ein Wintertransfer sein. Und ich glaube, was dieses Vakuum im Mittelfeld ist, ist halt auch durch Géraldis entstanden. Weil ich glaube, dass der vielleicht auch so ein bisschen als Gacinovic-Ersatz eingeplant war. Und du siehst ja jetzt, wenn Gacinovic ausfällt, haben wir eigentlich keinen. Sondern dann spielen halt diese drei Bullen da vorne. Aber das ist ja trotzdem, wie der mal Dennis gesagt hat, eigentlich nicht so gedacht vom System her. Und für Da Costa... Obwohl ja ein Fabian theoretisch auf der Position hätte spielen können, der rückt dann gar nicht mehr in den Kader. Ja, der war ja scheinbar aber dann auch nicht eingeplant von Anfang an. Ich meinte jetzt, ich glaube, Géraldis sollte derjenige sein, der vielleicht Gacinovic ein bisschen entlastet hat. Ja, ja, ja. Aber wir haben ja für, wie du sagst, Dennis, für rechts, wir haben es ja schon gesagt, da Costa schläft unter dem Weihnachtsbaum ein. Ich hoffe, der wacht nach Silvester wieder auf. Also, das ist ja wirklich so. Und Kostic, wundern wir uns ja auch, zumal der auch in November gespielt hat. Da habe ich nicht so ganz groß Angst, weil ich einer der wenigen bin, der immer noch Team Jethro Willems ist. Ich glaube, wenn du den ein bisschen packst, irgendwie, wenn er wieder seine Konzentration hat, kann er zumindest ein einigermaßen okayer Ersatz sein, weil es Kostic wirklich mal eine Pause braucht. Da habe ich nicht so die Angst. Ja. Aber auf rechts sehe ich gar keinen. Überhaupt nicht. Nee, gerade irgendwie so ein bisschen. Weil selbst wenn Salcedo wieder fit ist, was wir auch angedacht hatten, Salcedo ist für mich ein Rechtsverteidiger einer Viererkette vielleicht. Wenn es wirklich, aber nicht für diese offensive Position. Nein, 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 nein. Und da fehlt wirklich, da Costa, dem darf wirklich nichts passen. Das ist schon gut. Aber wer weiß, Mbappu ist gerade verletzt. Bern ist so ein bisschen jetzt dieser Hype ein bisschen abgeklungen. Vielleicht können wir dann im Winter nochmal zugreifen. Weil ich glaube, das Geld war nämlich eingeplant, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich, dass dieser Mbappu-Transfer fest im Budget drin war. Ich glaube wirklich, dass das einfach jetzt übrig geblieben ist und man kann mit dem Geld, was Bern dann vielleicht zu viel haben wollte, vielleicht rücken die jetzt im Winter, weil jetzt auch eine Halbsaison vergangen ist, ein bisschen von der Forderung ab und dann ist der ursprüngliche Betrag wieder aktuell. Wer weiß, vielleicht kommt der im Winter und was der Marvin gesagt hat, auch noch im offensiven Mittelfeld. Wäre ja ganz geil. Also zumal Fabian zum Beispiel auch weggehen könnte. Also Fabian, gibt es ja auch die Gerüchte, dass er im Winter noch geht. Schauen wir mal. Ja, würde ich sagen. Passiert noch ein bisschen was. Ist auf jeden Fall geil. Eintracht, Eintracht. Genau. Kommen wir zu dem Thema Aktuelles und damit dann doch wieder zu so einem kleinen Downer. Es wurde jetzt bekannt, wie viele Ticketanfragen für Rom es gibt und das ist schon eine krasse Differenz, wenn du siehst, dass du 5.800 Karten hast und 17.000 Leute Karten angefragt haben. Also es wären locker 20.000, wenn nicht sogar ein paar mehr, die den Weg dahin antreten würden. Das ist schon... Du darfst nicht vergessen, bei den 17.000 sind ja die schon dabei, die es gar nicht probiert haben, weil die keine Dauerkarte und keine Mitgliedschaft haben. Also es ist schon extrem geil, dass wir so viele Fans haben, total euphorisiert, motiviert sind und irgendwie dahin fahren wollen, egal wohin. Und Rom liegt natürlich in der Nähe, das ist nicht optimal. Aber es ist schon stark. Aber klar, René, wie du es auch gesprochen hast, auf der anderen Seite natürlich die Frustration, dass du diese Nachfrage natürlich keines zufriedigen kannst. Ja. Ich habe aber jetzt im Nebensatz gelesen, dass die Eintracht zumindest nochmal probiert. Versucht, weitere Karten zu bekommen. Dass diese Bestellungen eingegangen sind. Vielleicht können die den wirklich mit dem monetären Argument kommen, zu sagen, ey Leute, dann greift euch doch bitte das Geld ab. Wir haben hier schwarz auf weiß, dass wir potenzielle Käufer für die Karten haben. Macht die halt 40 Euro. Macht es halt, wenn ihr das wollt. Dann steckt euch doch das Geld ein. Und ich meine, wenn eine Stadtregierung, muss ich auch denken, dann gibt es für unsere Gastronomie vielleicht auch ein bisschen Umsatz. Also so ein bisschen vielleicht auf diese opportunistische, Schienideen kommen und sagen, ey Leute. Ja, aber selbst dann wirst du halt auch nicht erheblich viel mehr an Karten kriegen. Dann geht es vielleicht hoch von 5, 8 auf irgendwie knapp unter 10. Aber ja. Mich würde mal interessieren, ob die 17.000 alle schon Tickets und Hotels gebucht hatten. Natürlich. Also nach dem, was ich so gelesen habe und was uns auch geschrieben wurde, hast du eine unwahrscheinlich hohe Menge von Menschen, die bereits gebucht haben. Ja, ja, ja. Sieh mal, wie viele Leute im Rahmen der Auslosung da direkt irgendwie auf den Buchen-Button geklickt haben. Allein hier in der Runde sind ja schon eine ganze Reihe von Leuten. Also... Hey Leute, ganz ehrlich, das ist doch wie geil. Das ist ein bisschen Eintracht Frankfurt. Überlegs absolut verrückte Typen, die richtig Bock haben, mit ihrem Verein überhaupt überall zu reisen. Übrigens, mega Respekt, mit einem erhöhten Aufkommen, dass wir jetzt Euroleague haben, auch Fragen nach Stuttgart zu fahren, Schatten auf, geile Stimmung zu machen. Auch das ist die Helden des Alltags, mal ganz ehrlich. Weil das finde ich auch geil. Natürlich, das kannst du ein paar Tage freinehmen, in Zypern oder Zypern rumzumachen, aber dann gleichzeitig auch die Bundesliga mitzunehmen, mit voller Energie, vollem Bock, dann laut und mit richtiger geiler Immobilie Stuttgarter zu tauchen. Das ist doch geil, ne? Und diese gesamte Sammlung von Eintracht Frankfurt, muss ich sagen, das macht mir gerade Freude, wenn ich das sehe. Und deswegen ist, glaube ich, die Eintracht auch echt dahinter her, mich noch ein bisschen aufzustocken. Wie du richtig sagst, René, das werden keine 17.000. Das kriegen wir nicht, das wird nie klappen, aber die Eintracht vielleicht noch ein paar Tausend mehr und die sind da richtig dabei, da bin ich mir gar nicht sicher. Wollen das, die wollen das. Und es ist auch ein gleichzeitiges Sicherheitsargument, zu sagen, macht das über diesen Weg. Und da, die Leute versammeln, viel besser als vor, machen wir irgendwo draußen. Vielleicht kriegen sie es hin. Ich glaube, dass die Eintracht sehr hart dafür bleibt, dass die Fans einigermaßen befriedigt werden. Ich glaube auch, dass es vielleicht wirklich auch Stimmung innerhalb der Entscheider in Rom gibt, die dann wirklich vielleicht auch sagen, ja, vielleicht ist es besser, weil ich glaube, die wissen dann auch, weil bei Marseille zum Beispiel war nicht so viel Zeit dazwischen. Das war ja dann ziemlich schnell. Ich glaube, jetzt sind noch über anderthalb Monate Zeit, dass du wirklich, dass regelt es und das wirklich diskutiert wird, um zu sagen, okay, allein aus sicherheitstechnischen Gründen, die Leute werden nach Rom kommen. Ich glaube, das wissen die auch und das kann dir trotzdem, glaube ich, auch rechtlich gesehen, jetzt hättest du auch noch genug Zeit, um irgendwie dagegen vorzugehen, da kann dir keiner verbieten, dass du nach Rom fliegst und das wissen die dann und ich glaube, wenn die dann wissen, okay, die können es nicht aufhalten und ich bin da vielleicht ein bisschen zu euphorisch und naiv, ich kann mir sogar vorstellen, dass am Ende des Tages dann trotzdem jeder, der nach Rom kommt, von Eintracht-Fans eine Karte kriegt, weil die dann die Lieber im Stadion haben wollen und wir dann trotzdem, ich träume trotzdem, noch ganz, ganz 10-prozentigen Traum habe ich noch, dass wir trotzdem mit 20.000 dort sitzen, weil die halt denken, scheiße, die sind jetzt doch da und du hast gesehen, in Marseille waren es nicht so viele, aber da waren trotzdem auch 500 und die sind eben nicht verhaftet worden, die standen dann halt da und haben da gefeiert und ich glaube auch, dass so ein bisschen diese Vernunft und dann ist vielleicht sogar einer, der sagt, okay, vielleicht sagt Lazio, bitte lass uns das Geld einstecken, wir wollen es haben, weil das ist auch nicht so wenig, 10.000 Karten, 40 Euro, oder kommt schon ein bisschen was zusammen? Aus einer wirtschaftlichen Perspektive wären sie echt mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht mitnehmen würden. Schauen wir mal, also ich finde es gut, dass wir Eintracht nochmal probieren. Ja, das ist... Ja, das ist... Keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen, aber Dennis, ich meine auch, ihr habt ja fertig gebucht, ne? Ja, ja, alles fertig, alles, also wir warten nur noch auf die Zusage von der Eintracht, hoffentlich, ja. Ja, das ist, das ist auch, ich würde sagen, das ist echt interessant, das hat nämlich echt gut funktioniert. Ich kenne ja die Eintracht, ich kenne ja auch die Eintracht, normalerweise immer mega Probleme, ich bin um 10 Uhr, habe ich vor dem Eintracht gesessen, hat alles mega relaxed, total unproblematisch, ein paar Eingabemasken gefeiert gemacht, okay, wenn man sich einen Krips angestrengt hat, war es kein Problem, hast du alles gut hinbekommen, aber das hat bei der Eintracht echt mal ganz gut funktioniert mit dem Eintracht. Ja, schauen wir mal, also ich bin mal gespannt, was da noch so passiert. Zweites aktuelle Thema ist, wir haben weitere Markenbotschaften da die Woche präsentiert, wir hatten ja im Rahmen des Sportpresseballs, ich glaube, letztes Jahr die ersten vorgestellt, ich meine, es wäre letztes Jahr gewesen, und haben jetzt noch mal weitere, diesmal internationale Markenbotschafter vorgestellt, unter anderem Jan Agifjorddorff, JJ Okocha, Oka Nikolov, Yeboah, wer war noch dabei? Chen Yang. Chen Yang und Bumgotscha. Chen Yang ist noch klar, ich habe gedacht, Jaja, Yang die Legende. Das war schon ein bisschen lustig, also man hat, also du merkst natürlich, dass das Regional auch strategisch sehr gut gewählt war, ja, aber, aber die, allein die Tatsache, diese Legenden da auf dem Bild zu sehen, das habe ich bei Instagram gesehen, Alter, wie geil ist das denn, oder? Euphorie und Freude aufgebrochen, also gerade, weil es auch im Moment so geil läuft, du hast dich doch sofort an geile Zeiten, sofort hatte jeder irgendeine Idee im Kopf und hat gedacht, geil, was früher, was für ein geiler Fußball in Frankfurt gespielt wurde und wir leben doch gerade diese Welle mit. Die hatten doch auch noch dieses Highlight-Video, was ich da gesehen hatte, wo sie dann diese Torszenen da nochmal irgendwie zusammen gedreht haben, der Übersteiger von Fjordhoff, das Austänzeln von Kahn, also da waren schon ein paar geile Dinger mit dabei, also da hast du nochmal richtig, nochmal richtig Gänse out bekommen und das jetzt im Vorlauf zu der Woche, ja und ich habe zwischenzeitlich kurz gedacht, sag mal, wie ist das denn eigentlich, der J. Kutscher, der sieht noch relativ fit aus, der könnte noch spielen, der könnte heute echt noch spielen, ja, ich glaube, der wird so einige heute noch nass machen. Ah ja, aber schon schön und Fjordhoff, der ist ja mittlerweile ja auch eine Legende, Chen Yang, den haben sie nicht live aufs Bild behoffensichtlich, ne? Ja, der war nicht da, der war nicht da, ne, der hatte irgendwie, hatten sie glaube ich irgendwas gesagt, der hatte parallel irgendwie irgendeine, ich weiß nicht, sie hatten irgendwas gesagt, weswegen er nicht teilnehmen kann, aber die anderen fünf waren ja live dann vor Ort. Ja, okay. Ja, genau, der hatte irgendwas, ich kriege es nicht mehr zusammen, ich finde es auch gerade im Text nicht, aber sie hatten zu dem Zeitpunkt irgendwas gesagt, von wegen er hätte in seinem Land irgendwie eine Aktion, die vorher schon geplant gewesen war, wo er daran teilnehmen müsste. Ja, das war ja gut. Aber schöne Angelegenheit, die Angelegenheit, die sich jetzt selbst vermarkten, das ist ja auch der Kern davon, von der ganzen Angelegenheit, die haben ja jetzt eine eigene Marketingstrategie, die ist natürlich schon länger, aber da geht es halt darum, sich als Marke besser zu zünden, finde ich grundsätzlich sinnvoll, ich bin ja relativ froh, dass sie es auch finanziell mitbekommt, und da bin ich auch froh oder ich bin ja froh, dass keine Angelegenheit dazwischen gespielt werden. Wie war das denn, der Vertrag wäre normalerweise ein Jahr länger gelaufen, jetzt haben sie sich irgendwie geeinigt durch eine Abschlagszahlung, dass die Eintracht schon dieses Jahr sich selbst vermarkten, oder ab nächstem Jahr und es wäre noch ein Jahr länger gegangen oder was, ich habe es nicht so richtig verfolgt gehabt. Die haben sich ausgekauft. Sport5, oder wer war da der vermarktet gewesen? Ja, Lagardère ist es. Ah, okay. Lagardère Sports. Ja. Okay, die Leute haben die quasi eine Abschlagszahlung, geleistet und sich damit ein Jahr früher rausgekauft aus dem. Okay. Wer sich auch rauskauft, ist jetzt Marvin, der muss hier leider raus. Es ist Sonntag, der hat noch andere Verpflichtungen. Danke, dass du ja zumindest kurz die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich bin ja bei meinen Eltern und habe gedacht, aber das machen wir jetzt trotzdem. Schöne Grüße, Marvin. Grüße, bitte. Danke. Danke. Mein Ente, das ist ja eh scheiße. Mein Abi, ihr rockt das. Macht's gut, bis bald. Hau rein. Das hört sich an, wie als wäre ich 18, meine. Hier rockt das. Heilige Scheiße. Wow. Ich arbeite in einem Unternehmen, in dem 20-Jährige sind. Alles klar, macht's gut, ciao. Ciao. So, dann müssen wir drei jetzt auf die kommenden Spiele schauen, die da anstehen. Und zwar fangen wir doch mal ganz klar an mit dem Euroleague-Spiel am kommenden Donnerstag 18.55 in Zypern gegen Apollon. Ich beneide euch so ein bisschen, dass ihr da vor Ort sein könnt. Zumindest Bastian Marvin, ich glaube Dennis, du bist auch nicht vor Ort. Ich bin leider auch nicht da, nein. Ich würde wahrscheinlich das Spiel nicht mal live im Fernsehen gucken können, weil es ist St. Martins Zeit und da mit Familie hat man da auch noch andere Dinge irgendwie am Laufen. Ich versuche mich da irgendwie rechtzeitig rauszustellen, dass ich zumindest die zweite Halbzeit sehen kann. Und heute gab es ja die Hoodie-Ausgabe, Basti war da vorhin noch da. Die Ultras haben Hoodies organisiert, mit denen dann alle Eintracht-Fenster beim Spiel auflaufen. Ich weiß, du darfst nicht viel zu sagen, aber mal so im Vergleich, man steht bei der Eintracht für irgendwie Pokalfinalkarten an und man steht bei den Ultras für Hoodies an, so organisationstechnisch. Besser oder schlechter? Besser. War sehr, sehr gut. Kompliment auf jeden Fall an alle, die da, an alle Verbände, Fanclub, Verband, was weiß ich, wer da alles beteiligt ist. Das ging schon ziemlich reibungslos und ich finde es auch eine geile Aktion. Du kriegst halt zum Selbstkostenpreis, kriegst so ein Hoodie für Zypern, schön, kannst du abends bei 20 Grad sich in den Stadion stellen, es gibt ein einheitliches Bild, das wird schon sehr, sehr geil werden. Wie der aussieht, darf ich jetzt noch nicht sagen, aber werden ja dann alle sehen und finde ich eine ziemlich coole Aktion, das spielt da mit, wo das, was Marvin gesagt hat, die Leute haben halt Bock. Und dann gibt es halt aber auch Leute, die sich wirklich nochmal mehr engagieren als alle anderen, als ich zum Beispiel, die dann solche Sachen auch auf die Beine stellen, das bestellen, liefern lassen, austeilen, organisieren. Das Kompliment, was ich den Leuten machen kann, könnte gar nicht größer sein, weil das dann auch dazu beiträgt, dass halt wirklich, ja, dass dieser Ganze, das ist ja nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, das ist alles, was zusammenspielt gerade momentan. Echtes Gefühl momentan passt es halt auch, weil die Ultras und die Verantwortlichen auch einigermaßen guten Draht haben. Und so, das ist auch nicht selbstverständlich, Grüße nach Köln, nach Stuttgart und überall hin. Das ist auch nicht selbstverständlich, gerade in der heutigen Zeit, wo es wirklich, wo wirklich viel auch auf Ultras eingeprügelt wird. Die, ja, bla, 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 die macht uns hier, brennt uns und da. Das zeigt halt auch diese positive Kraft, die es hat, dass die dann halt wirklich vier, 5000 Pullis rausballern. War heute exklusiv für Karteninhaber, ne? Genau, du musst jetzt, da hast du eine Karte gezeigt oder die Fanclub-Leute halt, die Kartenbestellung, wie viele Leute dann halt kommen, dass wirklich jeder, der im Stadion ist, so einen Pulli hat. Ja, geil. Ja, das ist schon geil. Dann hast du gleich ein Souvenir vorneweg und hast irgendwie ein einheitliches Bild, auch in der Stadt, wo du dich erkennst. Das ist schon geil. Kompliment von mir auf jeden Fall. Grüße. Die Mona fragt gerade im Chat, ob man vor Ort auch noch so ein Ding kriegt. Weißt du da irgendwas? Ist da heute was gesagt worden? Oder war das wirklich quasi jetzt nur vorab und vor Ort hat man dann Pech? Bin ich nicht ganz sicher. Wahrscheinlich Restbestände, die nicht abgeholt wurden. Die haben halt gesagt, damals waren es ja, glaube ich, 2500 und dann waren es auch nur T-Shirts. Das heißt, das konnten die Lockerer nach Zypern karren. Bei 4000 Hoodies wird es dann so ein bisschen schwieriger, auch von der Logistik her. Ja, deswegen. Aber dazu kann ich jetzt keine valide Aussage machen, aber ich gehe mal davon aus, dass vielleicht noch ein paar verteilt werden. Die Größenauswahl könnte dann wieder schwierig werden. Ja, gut. Muss man halt mit Leben. Dann halt entweder, dann lieber eine Nummer zu groß. Das kriegt man dann noch irgendwie gelöst. Das ist ja bei den Fan-Shirts schon immer auch der Fall gewesen, dass dann meistens noch XXXL oder, naja, sonst was frei war. Dementsprechend, wenn er natürlich heute noch die Möglichkeit hat, dort was zu holen. Aber ich glaube, das ist jetzt fertig, oder? Hier, hier. Basti, gibt es da nochmal einen Verkauf? Anderthalb Stunden noch. Okay. Also wer das jetzt gerade live hört und es nicht mitgekriegt hat, schnell anziehen und raus. Sofort hin. Genau. So, aber ansonsten, spielerisch dürfte das eine relativ entspannte Runde werden, wobei man schon dazu sagen muss, Limassol, also Apollon Limassol ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Bratwurstgegner. Die haben Mercedes Unentschieden abgerungen. Sie haben sich auch bei uns immer mal wieder im Hinspiel gezeigt. Jetzt spielen sie quasi dann auch zu Hause. Also es könnte dann auch nochmal jetzt, also es ist jetzt kein Gegner, wo man sagen muss, das ist so eine Nummer wie Stuttgart am Freitag, sondern da müssen wir, glaube ich, schon mit Vollgas ran. Ist die Frage. Also ich sage mal, wenn wir unsere Leistung abrufen, die wir jetzt die letzten Spiele gebracht haben, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Auch ein Jovic wird wieder vielleicht in seiner Effizienz ein bisschen arbeiten. Dann trifft er auch noch ein paar Mal öfter. Dementsprechend, ich mache mir da gar keine Sorgen. Also gerade so toll haben die nun hier auch nicht gespielt. Das muss man wirklich sagen. Wir hätten da auch deutlich höher noch gewinnen können. Ja, ich denke, da ist einiges drin. Und ja, viel Spaß im Stadion international. Wird schon geil. Und wenn dann das Spiel noch passt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auf jeden Fall den Einzug in die nächste Runde klar machen. Ja, und das, also ich habe ja, wir haben ja jetzt hier oft drüber gesprochen. Ich habe auch bei 93 drüber gesprochen und bei Fußball 2000. Wir haben ja wirklich, was ich immer gesagt habe, als mein persönliches erstes Ziel ist, entspannt nach Zypern zu fahren. Und das ist jetzt so. Und ich fahre mehr als entspannt. Ich fahre sogar fast euphorisiert dahin. Weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ich hätte mir alles, was so in der Mitte liegt, hätte ich mir vorstellen können. Und zu sagen, okay, du hast vielleicht vier Punkte geholt, du bist in der Bundesliga auf Platz 10 und dann fliegst du da hin und hast keine großartigen Sorgen und kannst es genießen. Ich glaube, das ist eine Situation, da hat keiner vorher mit gerechnet, als man die Gruppe gesehen hat und die ganzen Diskussionen, die vor der Saison liefen, war das so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, da haben wir irgendwie eine Chance, uns noch irgendwie dran festzuhalten. Aber dass wir da jetzt wirklich den Haken dran machen können, da hätte in dem Moment wirklich keiner dran geglaubt. Ja, und vor allem, was der Dennis sagt, was wir auch bei dem Heimspiel nicht vergessen haben und was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen. Dadurch, dass du wieder so ein einheitliches Bild hast und du hast wieder 4.000, 5.000 Leute dort, das macht es für die Eintracht natürlich auch zu einem besonderen Spiel, weil wahrscheinlich mehr Eintracht-Fans als Apollon-Fans in dem Stadion sein werden. Und dadurch wertest du dieses Spiel ja auch für die Spieler in dem Sinne auf, dass sie das Gefühl haben, wenn die rauskommen, oh, da ist wieder was Besonderes. Und dann ist es halt eben nicht so ein Spiel, wo du, keine Ahnung, irgendwo fliegst nach Zypern, unangenehmer Gegner, bla bla, Doppelbelastung. Und ich glaube einfach, dass diese Fans wirklich dann auch zumindest einen kleinen Teil dafür sorgen können, dass die Spieler dieses Spiel als besonderer empfinden, als es vielleicht sogar ist, weil quasi diese Euphorie, die die Fans dann dieses Spiel überhöhen, ja fast schon. Also in Frankfurt ist es ja unvergleichlich, wie geil die Euroleague angenommen wird. Und ich glaube, das überträgt sich dann halt auf die Spieler. Das hast du ja in Bordeaux zum Beispiel auch gemerkt, zu denken, ey, dann gewinnt die halt, die Eintracht, dann kommt wirklich weiter und dann ist aber mal eine richtige Party auf dieser Insel da. Also dann geht es mal richtig, also das ist so, das wäre schon geil und das wäre natürlich auch geil, dass du das Gefühl hast, ey, dann fliegen wir nach Rom, mit wie vielen auch immer und spielen da quasi um Platz 1, Leute. Ich kann das alles noch gar nicht fassen. Ja, ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer mit, aber es wird auf jeden Fall recht gut sein. Grüße an alle, Grüße auf jeden Fall an alle, die hinfliegen. Ich werde auch dort sein, wie ich schon erfahren habe. Wir Marvel und ich werden wahrscheinlich so gegen 12.30 Uhr uns auf dem Stadtkernplatz da aufhalten. Grüße. Und falls ihr jemanden im Block seht, der panisch sich die Hose vom Leib reißt, dann wird es wahrscheinlich Basti sein. Was glaubt ihr denn, wie wir aufstellungstechnisch in das Spiel reingehen? Wieder mit dem magischen Dreieck vorne im Sturm? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, ich glaube, Jovic und Haller spielen. Ich glaube, was er denn jetzt gesagt hat, Jovic hat sein Kram noch in der Tasche. Also der hat noch nicht alles rausgeholt. Der hat noch Geld in der Tasche, sage ich mal. Ja, und ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, ja, vielleicht kriegt Kostic sogar eine Pause. Ich weiß es nicht. Da stecke ich zu wenig. Ja, dass du Willems vielleicht rein tust und vielleicht probiert er sogar Müller und Acosta mal zu tauschen, auch wenn ich ihn nicht so toll finden würde. Ja, das glaube ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Kostic mal ein bisschen pausiert, weil wir ja auch danach in der Liga als Gegner Schalke haben. Die, wo du ja auch durchaus ein bisschen mehr Kraft aufwenden musst vielleicht, wenn du da noch Punkte mitnehmen willst. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er Willems für die Euroleague da nochmal eine Chance gibt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber vielleicht erst in der zweiten Halbzeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir fast mit der Mannschaft wieder auftreten, die jetzt hier am Freitag gespielt hat. Und wirklich vielleicht nur ein Rebic, vielleicht lässt er auch. Aber ich denke, das System ist einfach doch ein Ticken zu offensiv. Klar, haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Aber ich denke schon, dass ein Garzinovic da wieder zurückrückt in die Mannschaft. Und wenn er fit ist. Ich weiß jetzt gar nicht, hat da jemand nochmal was gehört gehabt? Nee. Aber es scheint nichts Großartiges zu sein. Also ich habe jetzt immer nur angeschlagen gelesen, das hat sich viel gemacht. Da muss die Verhärtung kramt sein, ja. Und ich finde, ein Haler ist im Moment vorne wirklich wichtig, um einfach diese Bälle, lange Bälle, auch mal das Spiel reinzubringen. Er reißt einfach unglaublich diese Lücken, hält den Ball ideal. Also ich denke, dass Haler gesetzt ist vorne. Jovic oder Rebic und ein Garzinovic. Ansonsten denke ich, werden wir fast mit derselben Mannschaft wieder auftreten. Den Guzman, für Standards immer zu gebrauchen, hat jetzt auch ein ordentliches Spiel wieder gemacht. Genau. Und da Kosta stellt sich sowieso alleine auf mit Hasebe, Abraham in Dika hinten. Das hat super funktioniert. Ein Drab ist auch wieder fit. Da brauchst du auch keinen Renault zu stellen. Dementsprechend Kostic, klar, vielleicht ist er platt. Aber wir haben es ja gerade gesagt, du hast nichts gesehen. Aber wer weiß, Leute, nach Schalke hast du auch wieder eine Länderspielpause. Vielleicht sag ich heute auch, diese zwei Spiele packen wir jetzt nochmal durch. Also es ist ja auch noch am Anfang der Saison. Also eine Mannschaft sollte das trotzdem abkennen. Und in der Halbzeit kannst du ja auch mal wechseln. Eben. Also ich glaube auch, dass sich diese Mannschaft gar nicht so groß unterscheiden wird, was auch zu verstehen ist. Weißt du, du willst ja so ein funktionierendes Gebilder noch nicht auseinanderreißen. Was ich hier aber noch stehen habe, ist, Fernandes wurde ja in der Halbzeit ausgewechselt. War der verletzt? Scheinbar, glaube ich. Der hat ja Stendera gespielt dann. Wahrscheinlich auch irgendwas. Der hatte, glaube ich, kurz vorher einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. War da so ein bisschen, wusste man nicht. Und ich glaube, das war dann auch so eine Vorsichtsmaßnahme, die sie dann da durchgezogen haben. Weil Stendera auch mir jetzt im Spiel gegen Stuttgart nicht so gut gefallen. Er kam nicht so richtig ins Spiel rein. Er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, da in den Rhythmus zu kommen. Das hast du schon gemacht. Wahrscheinlich hat Hitler sich aber in der Halbzeit gedacht, wir gehen hier nicht mal den Ansatz eines Risikos ein, wenn wir gegen diesen arg limitierten, völlig verunsicherten Gegner, das kriegen wir schon über die Brücke so irgendwie. So, das heißt, wir gehen mit folgender Aufstellung ins Spiel. Vorne Jovic Aleja, dahinter dann wieder Garzinovic. Ich würde Rebic statt Garzinovic spielen. Ich glaube, Rebic hat auch Bock auf Europa. Hat er nicht irgendwie auch eins verpasst? Aber tatsächlich doch wieder so eine offensive Ausstellung, ja. Garzinovic hat halt schon mega viel nach hinten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Rebic da so optimal besetzt ist. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit dem Rebic. Vielleicht kommt da dann auch deine Theorie mit der zweiten Hälfte und so zum Tragen, dass er halt einfach offensiv reingeht und dann eventuell in der zweiten Hälfte dann eher so ein bisschen mehr in die Defensive dann auch geht. Soll mir recht sein. Also ich lasse auch sehr gerne auch Rebic für Garzinovic. Auch kann natürlich sein, die Eintracht mit ihrer, ich sag mal, Bekanntgabe der Verletzungen oder Ausfälle ist ja auch nicht immer so ganz genau. Also wenn da steht, er ist angeschlagen, kann das auch jetzt vier Wochen heißen, Zwangspause. Das heißt, wir haben einen Haller, Jovic, Rebic. Ja, lass die, komm, lass die drei nochmal da vorne rein. Gegen Schalke machst du das dann eh nicht. Gegen Schalke wirst du dann sowieso wieder ein bisschen zurück. Also Volker hat das Sechzehntelfinale. Die Viererreihe Kostic, Degusman, Fernandes, Da Costa. Dann Hasebe, Abrahman, Dicker ist klar und Trapp im Tor. Ja. Hervorragend. Was ist denn euer Ergebnistipp? Sag der Eintracht gewinnt 2-0. Dennis? Ich glaube, wir gewinnen sogar 3-0. Ja, Trapp hat ja jetzt gelernt, wie man zu 0 spielt. Genau. Ja, dann lege ich noch einen drauf. Ich sage, wir gewinnen 4-0. Okay, sehr gut. Sehr schön. Ich kann mit allen drei Ergebnissen leben. Du, ich könnte auch mit einem 1-0 leben. Hauptsache, wir liefern ein ordentliches Spiel ab. Wir holen unsere drei Punkte und alles ist tutti und Europa. Aber es wäre halt geil, wenn wir auch als Gruppensieger rausgehen, weil dann treffen wir nicht auf die Absteiger der Champions League, ne? Ja, das stimmt nicht. Das war, das ist uns doch letztes Mal auch passiert. Ah. Das wird dann, das kommt dann immer dann, das wird dann unter und dann die erste Riege, dann kannst du aber Pech haben, dass du einer der Gruppenersten bist, die dann von, die dann von, also ich glaube, es gibt vier Gruppenersten, die dann doch einen aus der Champions League, irgend sowas komisches ist. Ja, wir haben irgendwie so ganz komische Sortierungen da. Siehste mal. Ja. Dann, trotzdem Gruppensieg, scheiß drauf. Trotzdem Gruppensieg, genau. So, da müssen wir noch so einen Mini-Ausblick auf Sonntag machen. Wir spielen ja dann am Sonntag 18 Uhr gegen Schalke. Heimspiel, immerhin. Das heißt, wieder wenig Reiseaufwand für uns. Ist ein bisschen früh da jetzt noch so einen ganz weiten Ausblick zu machen. Wir kündigen schon mal an, dass Basti und Marvin versuchen da aus Zypern noch so eine kleine Zusammenfassung irgendwie zu schicken. Keine Ahnung, ob das hier hinhaut, aber zumindest so einen Mini-Ausblick ohne Tipp und Aufstellung sollten wir vielleicht mal noch machen. Ich muss zugeben, ich habe relativ wenig Spielzeiten von Schalke bislang in dieser Saison gesehen. Kann von daher jetzt nicht beurteilen, ob diese Mittelfeldplatzierung, die sie da jetzt gerade eben haben, gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anguckt mit drei gewonnenen und sechs verlorenen Spielen, ist das jetzt von der Tendenz her nicht so mega geil. Und ich glaube, Tedesco hat jetzt auch nicht so unbedingt den sichersten Trainerplatz gerade. Ja, doch schon. Ich glaube schon, dass er sicher ist. Aber bei Schalke hakt es halt tatsächlich eine Offensive. In der vergangenen Saison sind die Offensive in Führung gegangen, dann ist das Spiel leichter gewesen. Das ist diese Saison nicht der Fall. Trotzdem bleibt das ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Also das ist, ich glaube, das Spiel geht. Gestern auch 3-1 gegen Hannover. Einigermaßen glücklich aber auch. Also der merkwürdige Elfmeter und so ein komisches, gewurschteltes Tor dann. Aber ich meine damit nur, dass da vielleicht jetzt auch so ein bisschen in Anführungszeichen der Knoten geplatzt ist. Also die hatten jetzt auch viele, viele Spiele. Ich glaube, die hatten 350 Minuten kein Tor geschossen oder sowas bis zum Pokal. Und dementsprechend, also ich hoffe, dass die Serie noch ein bisschen anhält, gerade auch gegen uns, dass das jetzt mal ein kleiner Ausreißer war und vorne in der Offensive nichts geht. Aber normalerweise personell gesehen sind die immer für Tore gut. Also es wird ein schweres Spiel. Und wir müssen ein bisschen gucken. Da habt ihr aber völlig recht, würde ich nicht unbedingt mit der Dreierspitze anfangen, weil du wirklich ein bisschen defensiver wahrscheinlich dich einstellen musst. Aber schauen wir mal. Ja, ist wie gesagt, ist auch noch zu früh darüber zu sprechen, über das Spiel, weil die spielen ja auch noch international. Wer weiß, was er sich da verletzt, wie die spielen. Also fällt mir jetzt gerade noch schwer, irgendwie da was zu sagen. Genau, deswegen, wie gesagt, versuchen wir da einen kleinen Ausblick nochmal zu geben Richtung Ende der Woche. Vermutlich dann irgendwie als ein Facebook Live oder vielleicht kriegen wir auch nochmal irgendwie so ein paar Eindrücke aus Zypern zusammengefasst und dann schmeißen wir hier nochmal was in den Podcast-Feed. Wir wissen es noch nicht genau. Behaltet mal unsere Social Media im Auge. Da werden wir das ankündigen oder verkünden oder wie auch immer. Ist denn noch jemand gesperrt? Können wir da? War jemand? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe relativ wenig Schaltgespiele in der letzten Zeit mir irgendwie angeschaut. Aber gut, muss ja auch jetzt heute nicht sein. Bei uns auf unserer Seite, wie sieht es denn da aus eigentlich? Da hatte keiner. Hatte noch jemand eine Karte gesehen? Also keine, keine sperrrelevanten Karten aktuell zumindestens. Das kann ich dir sagen. Gut, gut, gut. Genau. So, dann wäre jetzt eigentlich der Punkt gekommen, wo wir klassischerweise mit dem Domscheiter der Woche weitermachen und jetzt kleine Enttäuschung an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir setzen es diese Woche aus. Das hat so ein bisschen überhand genommen, was da so alles an komischen Menschen irgendwie unterwegs ist. Man hatte auch das Gefühl, dass die Leute, die Öffentlichkeit sich fast schon bewirbt und das irgendwann wird man ein bisschen überdrussig. Wir sammeln mal bis nächste Woche weiter. Wir wollen den Dummschwätzen hier keine Plattform bieten. Genau. Und vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, dadurch, dass jetzt ja auch die Spiegelveröffentlichungen zu den Football-Leaks da rausgekommen sind, das überschattet das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen. Von daher wollen wir da jetzt auch nicht unfair den anderen gegenüber werden, die es vielleicht wirklich verdient hätten. Aber wir haben ja was anderes, was es verdient hat. Muss aber nicht noch aufgelöst werden von nächster Woche? Ach, du bist ein oller Streber. Aha. Das machen wir auch nächste Woche. Dann habt ihr noch mal länger Zeit abzustimmen. Genau. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, uns fehlt noch ein Jingle für die Gute Tat der Woche, zu der wir ja jetzt zwangsläufig kommen. Und da haben wir von Ruven einen geschickt bekommen. Dennis, weiß nicht, ob du ihn mittlerweile gehört hast. Wenn nicht, dann ist es jetzt Premiere. Haltet euch fest, der ist richtig gut. Danke Ruven nochmal an dieser Stelle. Die Gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, sehr geil. Ist großartig geworden. Ich finde den mega. Vielen, vielen Dank nochmal Ruven an der Stelle. Ja, dankeschön. Super. So, und wir haben, wie ich finde, eine sehr schöne Gute Tat der Woche. Die kam kurz vor der Sendung hier reingespült. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mittlerweile habt angucken können. Und zwar, unsere Gute Tat der Woche kommt diesmal von Raphael Buschmann, der bei, was, Sky90, glaube ich, zu sehen war? Oder nee, hier, äh, Wontorra Fußball Talk. Keine Ahnung, wie der Kram heißt. Ich gucke mir den nicht an. Ähm, und zwar Situationen folgendermaßen. Ich verlinke euch das Video auch nochmal in den Shownotes. Und hatte SkySport HD auf Facebook, ähm, so hast du die Situation, dass ein Wontorra, ein Doll und, äh, ein Buschmann da sitzen. Und Wontorra befragt Doll zu dieser Instagram, äh, ich trete dem Trainer vor's Bein Ding von Lisa Müller. Brauchen wir jetzt nicht irgendwie, lang irgendwie raus zu diskutieren. Hat jeder seine eigene Meinung dazu. Ist auch vollkommen okay. Ähm, und Doll sagt halt irgendwie so von wegen, nee, das geht gar nicht. Und Spielerfrau muss die Klappe halten. Und die würde, das Trainer ist, äh, unantastbar. Und es ist gut, dass Thomas Müller, ähm, ihr da zu Hause dann mal ordentlich, äh, sagt, wo hier der Hase läuft. Und versucht das irgendwie runterzurechnen. Und Buschmann, du merkst schon, der Brudel, was in ihn versucht, da irgendwie reinzugehen. Und darf nicht ausreden. Wird dann mit so einem ganz, ja, plump, Kackscheiß-Satz da irgendwie abgebügelt. Und darf dann doch dazu antworten. Und, ähm, haut halt, äh, Doll direkt eins über, indem er sagt von wegen, ich muss jetzt auch mal was sagen zu dieser sexistischen Kackscheiße, die du hier sagst. Und es ist genau richtig. Ja. Also das, was ein, ein Doll da sagt und wie ein Wontorra da drüber lacht, die sprechen halt, egal wer das jetzt ist, der Person halt vollständig die eigene Meinung ab, ähm, das, also, guckt euch an, das sind drei Minuten. Ich fand's extrem gut, wie Buschmann da drauf reagiert. Ähm, das plus die Kombination, was die an Arbeit momentan mit dem Spiegel da machen für diese ganzen Football-Leaks, ist es extrem wichtig, dass wir solche Leute im Sportjournalismus heutzutage haben, die eben auch an der Stelle, äh, da reingehen und, ähm, auch so unbequeme Dinge mal offen aussprechen. Und dafür vielen, vielen Dank. Und das ist für mich ganz klar die gute Tat der Woche. Sehr gut. Ja. Grüße. Grüße an dieser Stelle. So, jetzt hab ich noch eine kleine Mini-Empfehlung und dann müssen wir auch Schluss machen, weil, äh, Basti muss dann auch, äh, los. Ich empfehle euch, und das hatten wir letzte Woche, glaub ich, schon mal auf der Empfehlungsliste, aber ich muss es jetzt noch mal empfehlen. Red Dead Redemption 2. Ich hab Freitag an, ich hab Donnerstag angefangen zu spielen. Es ist megageil. Es hat alle anderen Spiele, sei es FIFA oder sonst irgendwas, bei mir vollständig verdrängt. Wer GTA schon cool fand, wer Bock hat auf Cowboy und Pferde und richtig große Open World, der ist da genau richtig aufgehoben. Das Ding kommt auf zwei Discs. Die erste Discs ist nur für irgendwie Spielerdaten. Der braucht 100 Gigabyte Platz auf der, auf der Playstation, weil da einfach so viel Detailtiefe drin ist. Ähm, ich hab wirklich zum Teil einfach nur Bock mittlerweile. Ich spiel zum Teil gar keine Mission, sondern ich reit einfach nur da durch die Prärie und guck mir die Gegend an und so weiter. Richtig geil gemacht, macht richtig Laune, richtig geile Texte, du erlebst ständig irgendwas Neues. Also wer Bock hat auf so Open World Spiele und viel, viel Zeit hat, weil die braucht ihr ernsthaft, weil wenn ihr da einmal drin seid, ich hab gestern, glaub ich, um neun abends angefangen und dachte so, ach komm, machst du irgendwie eine Mission und guck irgendwann auf die Uhr und stell dir so fest, das ist Viertel nach eins, denk so, ups. Also, Achtung, Suchtfaktor. Wenn ihr da Bock drauf habt, ganz klare Empfehlung. Und ich glaub, das ist seit Jahren mal wieder eins der Spiele, was bei sämtlichen Spielbewertungen, was so Spielspaß angeht, durchweg über 90 Punkte überall bekommt. Also, eins der geilsten Spiele ever. Kann ich euch nur empfehlen. Ich glaub, Basti steht mittlerweile auch schon kurz davor zu kaufen. Ja, tatsächlich. Kannst du sagen, bin ich jetzt erst im Urlaub. Genau, aber nach dem Urlaub dann. Genau. Ja, im November soll ja dann auch noch Red Dead Redemption online kommen, also dann geht da noch mehr Zeit drauf. All right. All right. Dann machen wir den Sack für diese Woche zu. Wir wünschen allen, die nach Zypern fahren, extrem viel Spaß. Feiert. Hinterlasst einen guten Eindruck. Motiviert die Mannschaft. Wie war das irgendwie? Eintracht Bundesliga in Europa würdig vertreten. Haben wir bislang gezeigt, dass wir das können. Wenn wir diesmal auch wieder tun. Ich bin mega gehypt auf dieses Spiel, auch wenn ich es wahrscheinlich nur in Teilen am Fernseher sehe. Aber von daher allen viel Spaß. Und dann melden wir uns nach dem Schalke-Spiel in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Hey. 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 Hey, hey, es kann auch von von Hey, 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 es kann auch von von Hey, 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 es kann auch von von